Was war schon von dir selber gut vorbereitet? Ja, also im ersten Moment, wo ich die Scheibe gekriegt habe, habe ich erst gedacht, wow, ich bin alleine, gucke ich auf einmal nach rechts, da war dann noch ein Verteidiger, habe ich gedacht, komm, in den willst du nicht reinrennen, noch einen Schritt nach rechts gemacht, durch die Beine geschossen, dann habe ich schon gedacht, das Ding ist drüber, auf einmal höre ich nur die Leute, wie sie jubeln, dann habe ich einfach mal Arme hochgerissen und bin in die Bande gesprungen, dann habe ich gedacht, ja, okay, der muss ja ein Angewissen sein. Okay, hast du zu dem Zeitpunkt schon geahnt, was danach noch alles kommen wird, dieses Auf und Ab? Ich habe eigentlich gehofft, dass es nicht so wird, aber dass es jetzt so gekommen ist und dass wir trotzdem gewonnen haben, ist okay. Okay, was müsst ihr jetzt für Nürnberg noch besser machen? Ein bisschen viele Gegentore kriegen und hinten müssen sich aber stehen, dann haben wir schon alles geschafft. Ist denn der Offensive heute alles richtig gemacht bei sieben Toren oder ist er auch noch irgendwie bereit? Ich denke, da war noch mehr drin heute, wenn wir noch mehr aufs Tor schießen, gehen wir noch mehr rein. Aber es ist eine gute Auswahl bei der Team, das ist ja gut. Ich glaube, es ist ein bisschen stärker für unsere Team zu gewinnen, obwohl wir so viele Gäste in der dritte. Ich glaube, das zeigt viel Charakter, ich glaube, dass alle auf der Team sehr lebt von zu verlieren und ich glaube, das zeigt es mir. Ein paar Mal haben Sie versucht, dass sie zurückgekommen, nach nur ein paar Sekunden. Wie hat das passiert und warum hat das passiert? Ja, wir werden uns auf Videos schauen und sehen, was passiert. Wir müssen definitiv besser aufs Tor schießen, aber wir können sie nicht mehr aufs Tor schießen in der dritte. Und wie gesagt, ich war sehr glücklich mit der Team, dass wir immer wieder in der dritte. Ich glaube, wir waren zwei oder drei Mal in der dritte. Ich denke, das ist ein Charakter. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.